bei dem ist es jetzt wichtig ach so ist das der schleim ja bei dem schleim immer die die ads praktisch töten das ist wichtigste die ads dürfen den schleim nicht erreichen sonst und außerdem macht er irgendwann mal so ein bild hier was weiß ich so ein knubbelschleim schild ich glaube er springt ja 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 Das war's für heute. Ja! Schleimschwetter! Krass! Zyvester Zyvester Irgendwas war noch mit dem Knallen hier Wenn der so knallt, dann hat man glaube ich paar Sekunden Zeit um den zu legen für den für den Erfolg Wir gehen doch hier nicht wegen der Erfolge rein Reichtum und Ruhm Das ist ja schon ganz klein 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 Huuuui So und dafür haben wir dann auch noch einen Schalde Mein Schalde Das ist ja schon ganz klein 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 Das ist ja schon ganz klein